Der norwegische Pianist Buge Wesseltoft gehört seit mehr als 20 Jahren zur Speerspitze der europäischen Jazz-Szene. Bekannt wurde er vor allem mit seinen feinfühligen Improvisationen über bekannte Melodien. Mit seinem Soloprogramm ist Buge Wesseltoft nun im Wiener Porgy & Bass aufgetreten. Bridge over troubled water einmal ganz anders. Buge Wesseltoft lässt einen die altbekannten Lieder noch einmal neu entdecken. Mir geht es darum, die Gefühle wachzurufen, die Menschen mit diesen Liedern verbinden. Und durch meine Improvisation können die Zuhörer sich dann ihre eigenen Geschichten dazu erfinden. Für mich hat Musik und Kunst im Allgemeinen den Zweck, dass Künstler und Zuhörer in Kontakt miteinander treten. Darum geht es mir. Und ich denke, das ist die ganze Worte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020